Hallo und herzlich willkommen zu Aktienews. Heute wieder ein Update zu Nikola, dem Hersteller von Wasserstoff und Elektro betriebenen Lkw. Nikola kennt momentan nur eine Richtung und die ist grün und die ist nach Norden. Nächstes Kursziel 1 Dollar ist ja aus dem Penny Stock Dasein irgendwo bei 50 Cent gewesen im niedrigsten Kurs. Hat seit einer Woche knapp 50% zugelegt und wie gesagt nächste Hürde ist 1 Dollar. Seitdem letzte Woche die Wasserstofftankstelle eingeweiht wurde, ging es hier jeden Tag nach oben. Und wir dürfen gespannt sein, ob das hier weiter geht, weil die Short-Seller natürlich vehement dagegen halten. Das sehen wir hier, hier sehen wir erstmal die Borrow Fee, das ist die Leihgebühr. Die liegt bei 151%, was eigentlich ganz schön ist, aber könnte natürlich noch höher liegen. Aber wir schauen uns das Short-Volumen gerade mal an. Das Short-Volumen geht hier wieder hoch, war hier am Höchstpunkt über 70, ist dann runtergegangen und jetzt geht der Kurs hoch. Und jetzt versuchen die Short-Seller natürlich hier mittels hohen Short-Volumen, mittels viel geschorteten Aktien, den Kurs wieder nach unten zu drücken. Ob ihnen das gelingen wird, wird man sehen. Also ich denke 1 Dollar wird natürlich auch eine sehr sehr starke Hürde sein. Da werden natürlich die Short-Seller versuchen, dass Nikola da nicht drüber geht, weil das wäre natürlich dann eine Situation, die natürlich nicht gut wäre für die Short-Seller logischerweise. Weil wenn Nikola weiterhin unter 1 Dollar bleibt, dann droht im schlimmsten Fall das D-Listing von Nasdaq. Und das wollen natürlich die Short-Seller, dass natürlich der Kurs unter 1 Dollar bleibt und werden hier natürlich alles dran setzen, damit der Kurs hier nicht über diese 1 Dollar steigt. Wir werden sehen, ob die Käufer, ob die Investoren da so weit dagegen halten, dass hier der 1 Dollar geknackt wird und dann noch hier es weiter nach oben geht. Und je weiter es da oben geht, desto eher sind natürlich die Short-Seller im Zugzwang, ihre Shorts einzudecken und das könnte dann zu einem Short-Squeeze führen. Wir schauen uns natürlich erstmal an, wie es weitergeht, ob die 1 Dollar überhaupt geknackt werden, bevor wir hier von einem Short-Squeeze reden. Hier seht ihr sehr schön, lauter grüne Kerzen. Wir sind hier, wie gesagt, bei momentan, schauen wir mal gerade, Kurs liegt bei nachbörslich 0,925 US-Dollar. Ein kleines Plus zu verzeichnen. Wir könnten, wie gesagt, hier oben ist das Fibonacci Retracement, das ist direkt bei 1,01 Dollar. Also hier könnte er locker abprallen und natürlich die psychologische Marke von 1 Dollar ist natürlich da auch gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass er erstmal da abprallt und erstmal korrigiert, ist meiner Meinung nach recht hoch. Aber man weiß natürlich nicht, was für ein Druck hier aufkommt, was für ein Kaufdruck hier aufkommt. Aber meiner Meinung nach ist es erstmal recht hoch, dass es hier korrigiert. Wir haben RSI von 72, das ist ganz leicht überkauft. Ab 70 sagt man, es ist ein überkaufter Bereich. Das heißt, laut RSI könnte es tatsächlich noch so bis 1 Dollar hochgehen. Aber dann, glaube ich, ist der Kurs schon, ist die Aktie sehr heiß gelaufen und dann wird eine Korrektur einsetzt. Einmal haben wir die psychologische Marke bei 1 Dollar. Dann haben wir hier das Fibonacci Retracement bei 1,01 Dollar. Dann haben wir jetzt RSI, was ziemlich überhitzt ist und darauf hindeutet, wenn er dann irgendwo bei 1 in der Nähe ist, dass es wieder dann nach unten geht. Momentum ist ganz schön, das geht hier nach oben. Aber das kann auch wieder einen Knicker kriegen, logischerweise, wenn dann hier eine Korrektur kommt. Also wir dürfen gespannt sein, ob der Kaufdruck so hoch wird, dass die 1 Dollar geknackt werden und dann auch noch gehalten werden bis zum Freitag. Freitag schauen wir uns mal Max Payne an, wo Max Payne liegt. Max Payne liegt für Freitag bei 1 Dollar. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir wirklich die 1 Dollar knacken und da irgendwo verweilen. Das wäre natürlich sehr nice, wenn das klappen würde. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin, wobei morgen ist ja Freitag, ist ja eigentlich Feiertag. Von daher ist eigentlich Max Payne für heute, sehe ich gerade, 28. Das ist ja heute, weil morgen ist ja Feiertag. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, ob heute tatsächlich nachhaltig die 1 geknackt wird und dann im Endeffekt dann auch sich drüber hält. Oder ob es dann wieder nach unten geht und die Korrektur dann einsetzt, die ja eigentlich auch gesund wäre. Und ja, auch teilweise natürlich ein bisschen überfällig bei 50% plus innerhalb von der Woche, muss dann auch irgendwann mal eine Korrektur kommen. Wir haben Short Interest von 20,33%, bedeutet 20,33% aller Aktien, die Free Float sind, sind Short. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Das heißt, wenn sich die Shortzahlen damit eindecken müssten, weil sie merken, oh, der Kurs geht nach oben, es gibt da kein Zurück mehr. Oder Nikola ist langsam über dem Berg, dann müssten die sich eindecken und das würde dann natürlich zu einem hohen Kursanstieg führen können. Zu einem Short Squeeze vielleicht, vielleicht auch nur zu einem langsamen Tesla Squeeze oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das hier die Shortquote, 20,23%. Wir haben hier Days to Cover 2,09%. Das heißt, bei dem Handelsvolumen, was derzeit vorherrscht, würde man die Shortzahlen 2,09 Tage brauchen, um sich hier einzudecken. Short-Volumen ist so im Durchschnitt immer bei 55, wir haben es ja gesehen, hier war es auch höher gewesen, hier in dem Bereich. Jetzt sind es momentan wieder bei 55, wir waren aber auch hier schon bei 70 gewesen. Das heißt, wir warten ab, was passiert, wie es weitergeht. Nachbörslich hier, beziehungsweise vorbörslich sind wir eben mit einem kleinen Plus hier unterwegs. Mal schauen, wie es dann eröffnet, die Börse. Nikola bleibt auf jeden Fall eine spannende Aktie, ein Turnaround-Kandidat, hier für 2024. Es wird zwar ein Verlust noch weiterhin erwartet für die nächsten Quartale, aber der Umsatz wird stark steigen. Und wenn natürlich die LKW dann tatsächlich verkauft werden, die Nikola verkaufen möchte, das sind 300 bis 350 Stück dieses Jahr, dann kann man hier natürlich schon von einem Turnaround dann sprechen. Wir werden sehen, was passiert, wie es weitergeht. Wir beobachten, beziehungsweise ich beobachte die Aktie hier weiter. Ihr könnt ja dann auch weiter beobachten hier auf meinem Kanal, wenn ihr den abonnieren würdet. Und ich habe noch einen Zweitkanal, den könnt ihr auch abonnieren. Das wäre natürlich ganz schön, wenn ihr den abonnieren würdet. Den habe ich hier eröffnet, weil, ja, eventuell, wenn dann die Möglichkeit vielleicht irgendwann mal sein wird, dass, äh, die Möglichkeit, wenn dann die Situation vielleicht mal so ist, dass Aktienews irgendwann mal vom Netz gehen sollte. Ähm, weil ich bin ja auch schon von YouTube abgestraft worden wegen Verletzungen der Community-Richtlinien, wobei ich nicht weiß, was das da gewesen sein soll genau. Auf jeden Fall habe ich hier einen zweiten Kanal eröffnet, ähm, den könnt ihr gerne abonnieren. Das ist Dave Space, Finanzen und mehr. Und, ähm, wie gesagt, geht ihr auf die Community hier bei mir auf der Hauptseite. Und dann habe ich hier das hier unten verlinkt, beziehungsweise ich verlinke es hier nochmal in der Beschreibung. Gut, das war's jetzt, äh, von meiner Seite aus zu Nikola, zu dem LKW-Hersteller, ja, für Wasserstoff- und Elektrobetriebene LKW. Ja, wie gesagt, gespannt, wie es weitergeht, ähm, aber vorneweg, ihr könnt mich auch gerne abonnieren, dann seht ihr, wie es weitergeht, beziehungsweise erfahrt immer die besten, neuesten, äh, ja, neuesten News doppelt. Ähm, aber dafür müsst ihr mich natürlich hier abonnieren und die Glocke hinterher läuten, um hier nichts zu verpassen von Nikola, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!